Ja, spontane Meinungen noch unter dem Eindruck der Ereignisse. Bilder wie die der gestrigen Demonstration sind wichtige Zeitdokumente, doch Filme, Videos und Tonbänder in den Archiven drohen zu zerfallen. Vor einem Jahr hat deshalb ein Verein den Wettlauf gegen den Zahn der Zeit aufgenommen. Retten, was zu retten ist, damit man kommenden Generationen zeigen kann, was früher geschah. Die Bilder wie diese, die du gesehen hast, werden vielleicht in 20 Jahren verletzt. Unsere Zahnarzt audiovisuale ist gefährlich. Ein paar Zahnarzt audiovisualen verschwinden alle Jungs. Für die Zukunft zu retten, diese Bilder von unseren Wettbewerben, eine Assoziation hat eine wirkliche Reise gegen den Zeitdokumente. Die Memoriae Mémoriale will salvaguardieren die Bilder und die Schöne die wir in unseren Wettbewerben sind. Ein Projekt ambitierter, aber nicht ganz einfach. Noch ohne Ton aber schon ein historisches Dokument. Der erste Schweizer Film über die Landesausstellung vor genau 100 Jahren. Das Fragment wurde in aufwendiger Arbeit Bild für Bild restauriert. Für die Erhaltung solcher Dokumente setzt sich Memoriaf ein, ein Verein, der letztes Jahr gegründet wurde. Sein Ziel, das audiovisuelle Kulturgut der Schweiz soll gerettet werden. Memoriaf sorgt dafür, dass Filme nicht so enden. Der Verein will aber nicht nur Filme erhalten, sondern auch Tonaufnahmen, Fotografien und Videos. Diese Dokumente vor dem Zerfall zu retten, ist ein Wettlauf mit der Zeit. Jeden Tag geht einiges verloren. Das sind ungefähr 10 oder auch 100 Dokumente. Es ist klar, dass der Zersetzungsprozess je nach Art des Dokuments relativ lang ist. Aber wir vergessen oft, dass ein Videoband eine Lebensdauer von maximal 10 Jahren hat, ein Tonband ebenfalls, und dass sogar langlebige Datenträger wie die CD-ROM eine viel kürzere Lebensdauer haben, als man dachte. So 15 bis 20 Jahre. Die Tagesschau aus den 80er Jahren. Damit ihre Farben klar bleiben, müssen die Aufzeichnungen bereits heute auf moderne Kassetten überspielt werden. Dies ist das umfangreichste Projekt von Memoriaf. Memoriaf kümmert sich jedoch nicht nur ums Fernsehen, sondern auch um alte Radiobeiträge, die noch auf Schallplatten produziert wurden. Ein Teil der Filmwochenschau, die bis 1975 existierte, wurde ebenfalls auf moderne Kassetten überspielt. Hier wird der Umzug des Schweizer Filmarchivs von Basel nach Lausanne gezeigt. Der Besuch des deutschen Kaisers in der Schweiz. Solche Dokumente gelten für viele als historisches Gedächtnis, als Identität eines Landes. Vor drei Jahren hat deshalb eine Arbeitsgruppe eine Sensibilisierungskampagne lanciert unter dem Motto »Ein Land verliert sein Gedächtnis«. Was bedeutet diese Identität? Wenn man von kultureller und nationaler Identität spricht, merkt man den Unterschied zu den Ostblockländern. Konkret weiß ich von einer Kollegin der Nationalbibliothek von Estland, die eine Stunde wöchentlich zur Verfügung hat, um im Fernsehen über die Erhaltung des nationalen Kulturgutes und über die Arbeit der Nationalbibliothek zu informieren. Bei uns im Westen kann man davon nur träumen. Der Schweizer Fotograf und Optiker Carlo Ponti, ein Pionier seiner Zeit, erfindet um 1862 ein Gerät, das seine Fotos mit einem Tag-und-Nacht-Effekt zeigt. Memoriaf zeigt diese Fotografie nächste Woche in Vevey. Außerdem werden restaurierte Filme vorgeführt, die letztes Jahr in einer Schuhschachtel gefunden wurden. Mit solchen Veranstaltungen will man die Bevölkerung sensibilisieren und Verständnis schaffen für die hohen Kosten bei der Restauration. Ursprünglich war ein Budget von 8 Millionen jährlich vorgesehen. Dieses fiel jedoch den Sparmassnahmen des Bundes zum Opfer. Memoriaf hat im März vom Bund 1,5 Millionen erhalten. Das reicht nicht lange. Der Verein sucht deshalb nach zusätzlichen Geldquellen. Ist die Idee eines angemessenen Budgets begraben? Wir haben die Idee nicht aufgegeben. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen, indem wir Verständnis schaffen bei der Bevölkerung und bei den Politikern. Es ist höchste Zeit, dass wir etwas tun. Wir werden bescheiden beginnen, aber die Hoffnung bleibt, dass die Leute unser Anliegen ernst nehmen. Gegründet wurde Memoriaf von sechs Institutionen, die sich mit dem Aufbewahren von Dokumenten befassen. Neben Bundesarchiv und Landesbibliothek sind dies die SRG, das BACOM, die Landesphonothek in Lugano und das Filmarchiv in Lausanne. Durch den Zusammenschluss wird vermieden, dass dieselbe Arbeit doppelt gemacht wird. Überall ein ähnliches Bild. Die Archive sind überfüllt. Durch die Flut von Informationen ist es schwierig, eine Auswahl zu treffen. Was würde der Präsident von Memoriaf wählen? Ich habe so viele Ideen im Kopf, dass die Sendung nicht ausreichen würde, um sie alle zu nennen. Das ist ja genau unser Problem, die Qual der Wahl. Wir wissen, dass wir nicht alles retten können. Es ist sehr schwierig zu sagen, wir retten dieses oder dieses Dokument. Bisher sind schon einige wertvolle Dokumente gerettet worden. Hier wurde die Eröffnung eines neuen Radiostudios gefilmt. Wie auch die Tatsache, dass fortan jedes Regiepult eine eigene Verstärker und Regieanlage besass. Zur Eröffnung übertrug man, wie hätte es auch anders sein können, ein Dialekthörspiel. Gott helft's, Käserei in der Feefreude. Soviel für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. A Giovedi prossimo. Bonne Fanzuari a tous. Bis zum nächsten Mal.